Keine Zeit, ich hab zu tun! Sieben Herzen! Cool! Ja! Ach, ist das schön! Lass mich rauf da! Lass mich rauf! Töh! So! Ups! Dann können wir jetzt mal eine Runde schwimmen! Schön, dass es gerade Tag wird. Das ist doch nett. So, auf geht's. Wir sind mal gespannt, wie es nun weitergeht. Das Tor ist ja nach oben. Und die Fockeln sind an. Aber es ist doch Tag. Sollte eigentlich unten sein. Was ist mit dem Wetter los? Kann doch nicht sein, dass jetzt mein Albtraum wahr wird. Er wird wahr. Die hat einen guten Wurf haben. Ich habe sie gesehen. You! Over there! Little kid! You must have seen the white horse Gallop has just now. Which way did it go? Answer me! So, you think you can protect them from me? You've got guts, kid! Zuck mein Schwert! You want a piece of me? Very funny! I like your attitude! Oh god, what is that then? Dwaaaahhhhhh! AAAAAA! But... But... But it is little fool! Do you realize who you are dealing with? I am Ganondorf, and soon I will rule the world! How? Moment... Tut mir leid für die Unterbrechung. Du hast die Ocarina des Times. Das ist die Reine Familie's hidden treasure, welches Zelda hinterlässt. Es schläft mit einem mystischen Licht. Link, can you hear me? It's me, Zerra. Link, when you hold this Ocarina in your hand. I won't be around anymore. I wanted to wait for you, but I couldn't delay any longer. At least I could leave user Ocarina in this melody. This song opens the door of time. You've learned the song of time. Now, Link, play this melody in front of the Altair in the Temple of Time. You must protect the Triforce. Man, das war ein komischer Traum. Habe ich das schon mit dem Hund erledigt? Ich weiß nicht, aber ich stelle mir hier erstmal noch ein paar Rubine ein. Ja, meine Aufnahmen werden lang. Ich habe bisher so gesehen, 11 Videos. Jetzt ist sie disp doofeier. So, jetzt haben wir jetzt noch ein bisschen unser Taschengeld aufgebessert. Machen noch ein paar kurze Dinge. Was heißt kurz? Was wir halt erledigt haben, haben wir erledigt. Hi, willkommen to the Happy Mask Shop. We deal in masks that bring happiness to everyone. How would you like to be a happiness salesman? I'll lend you a mask. You sell the mask and bring the money back here. If you want to read the file in print, take a look at the sign, right over there. After you've sold all of the masks, you will become happy yourself. Have faith. So, do you want to borrow the kitten mask? Do you borrow the kitten mask? So, bevor wir erwachsen werden, mache ich noch hier die Masken-Quest. Denn dann kann ich noch ein Upgrade holen. Oder noch einige Upgrades. So, vorher muss ich noch mal zum Schloss. Ich wollte die Leiter, danke. Boah! Hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. Na bitte! Was haben wir denn da Schönes? Und wieder eine Feenquelle! Nett! Einen! Das ist automatisch! Oder oder, aus! Nett! Tja! 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 Willkommen, Link. I am the Great Fairy of Magic. I will give you a magic spell. Please take it. You've got Dins Fire. Its fireball engulfs everything. Its attack magic you can use with C. You can use Dins Fire not only to attack, but also to burn things. When battle has made you wary, please come back to see me. You can use Dins Fire. Is schmerzfreier. So. Also, bis zum nächsten Mal bei Zelda Ocarina of Time Uncut. But.